Hallo Freunde des GGG. Der GGG fragt sich ob Elon Musk ein Held oder ein Schurke ist. Er fragt sich ob Masks Raketen und Satelliten die Welt vernichten oder uns auf den Mars bringen. Werden seine Gedankenleseexperimente uns befreien oder zu Brain Zombies machen? Musk hasst genauso wie GGG künstliche Intelligenz. Wird Musk uns helfen wenn die Roboter rebellieren? Oder werden wir selbst zu gedankengesteuerten Maskrobotern? Das ist die Frage. Danke.